Du legst einfach dein Geld in diese Box, oder diese Box, oder dieses. Und dann schalte ich die Musik auf und wir beginnen. Es gab die sexuelle Revolution, aber sie war noch nicht vollendet. In der Zeit, wo die eine unglaubliche sexuelle Erregung eigentlich im Zeitgeist war, aber noch nicht so fortgeschritten, dass man sich unendlich viele Freiheiten rausnehmen konnte. In diese Zwischenzeit passte die Peep Show. Terrible. It's horrible. Twenty, thirty years ago, on a bad day, a girl would make anywhere from $800 to $1,000. And that's just six hours of work. The Times Square of today, I feel, is very sanitized. And it's almost a place that exists in a strange bubble. You know, obviously we're a dying breed, but we still exist and we've stayed open this whole time. And just amazingly so, even despite the internet and webcamming shows and things of that nature. People must be getting something out of this. It is fulfilling some need for people.